Peradou geht oben dir! Wir haben heute Morgen früh am 4.00 Uhr Wir haben angefangen zu melken und sind dann um halb acht Uhr fertig gewesen, haben die Tiere ein wenig ruhen lassen. Wir sind kurz morgens essen und jetzt gerade vorhin haben wir es rausgelassen auf die Weide. Und wo wir es jetzt draussen lassen, bis etwa am Nachmittag um vier Uhr und dann treiben wir es dann wieder rein, um um halb sechs Uhr zu melken. Selbstverständlich geben wir jedes Mal, wenn sie rein kommen, geben wir ihnen das Futter ein wenig, oder? Ein wenig Stärkung und ein wenig Heu. Und dann zwischendurch fahrt die Alta und Alta. Wir haben es eigentlich sehr schnell. Wir schauen jeden Tag mindestens ein oder zwei zu behandeln. Was man sicher nicht einig kann sagen, dass man ein Stück Klam hat. Und nachher schauen wir, dass man sich Klamerstand nehmen und schauen, was sie etwas hat. Es gibt einfach diese, die haben vielleicht alle nur eine Quatschung. Aber das ist eher selten. Vielseit haben sie etwa einen Stein drin, dass sie so reingesprungen haben. Und wenn man den eigentlich möglichst schnell rausnehmen kann, hat man die Gewähr besser, dass sie relativ schnell wieder besser läuft. Und vielseit ist einfach da, wo wir die, die wir vorab innen nehmen, dass die irgendeine Quatschung haben. Und diese Quatschung muss man einfach öffnen. Und durch die Eröffnung hat man die automatische Wunden. Und da geht es einfach. Man hat die Umstände vielleicht zwei Wochen lang, alle zwei bis drei Tage, muss man sich Klamerstand nehmen und frisch verbinden. Und wenn das, dass es nachher einmal überhornet ist, weil dann kann man es ja noch zwei, dreimal spreien. Und dann ist es eigentlich egal. Wichtig ist es, dass nachher das Horn wieder überwachsen geht. Und dass man da eine solche Kehranpflicht sieht, dass man es ein bisschen schonen kann. Das ist eigentlich nicht zum Beispiel, weil es da an der Strasse ist sicher nicht ideal. Die, die wir vorher eigentlich innen kennen, die die erste, die hat sicher an irgendeiner, als sie in die Strasse gelaufen ist, dann ist sie da rein gesprungen. Und wenn man das, wenn sie weich genug ist, dann wächst sich nachher rein. Und irgendwann entweder merkst du es frei genug, und wenn es so weit ist, dann geht es einfach noch viel länger. Und wenn du eigentlich auch beobachten kannst, v.a. während dem Melken, siehst du eigentlich relativ viel. Wichtig ist, dass es einfach gut beobachtet ist, also wenn sie auf einem Trampen, dass sie nicht einfach steht, dann kannst du denken, irgendetwas, oder beim Stau, wo siehst du einen, der schlecht hinterläuft, dann musst du den Gottesnamen dir einfach in Klauen stellen. Und die kannst du schon immer sein, aber irgendwann hast du vielleicht irgendeine Zählung. Und das ist eigentlich nicht mein Ziel. Das ist sicher immer im Menü vom Verbunden, das ist ganz klar. Gut, ihr habt ja vorher gesehen, das ist ein Haufen Mist, die man zuerst abschoren muss, und dann mit so alten Feuerwehrschläuche abspritzen, weil es noch relativ viel Wasser braucht. Also es braucht einen grossen Stall, etwa eineinhalb Stunden Arbeit zu nehmen, bis man alles gemacht hat. Möhe Zählung Möhe Zählung Wir haben immer in mindern Land drei Wochen, und dann ist es besser, also ja, damit man mit der Familie Zauhung kann. sonst könnten wir es ja nicht machen.